Starke Schneefälle und Glatteis sorgen in Teilen Deutschlands für Probleme auf den Straßen. Auch in Niedersachsen und Thüringen machte das Winterwetter Autofahrern zu schaffen. Probleme auf Landstraßen und Autobahnen. Einige Strecken wurden gesperrt, anderswo geht es nur im Schneckentempo voran. Einige Strecken Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020